So, Junge, jetzt gilt's. Jetzt müssen wir den Stadion umlegen. Also ihr, vollste Konzentration. Der Trost erwartet der Gegner und ich sag's euch, die gäbe auf dem Feld alles. Die laufert sich die Lunge aus dem Bauch. Und die wollet gewinnen. Also müssen wir mehr gewinnen wollen. Also ihr jetzt, ihr müsst von Anfang an hellwach sein. Und ihr kehrt hellwach und vollkonzentriert. Einen Schritt schneller sei als der Gegner. Wenn die zu viel Raum hängen, dann machen die mit euch wasse Welle. Deshalb eng am Mann bleiben. Da darf kein Blatt Papier dazwischen passen. Die dürfen keine Luft zum Atmen hau. Und ich sag's euch, der erste Treffer ist der wichtigste. Ihr müsst unbedingt vollkonzentriert sein. Und hellwach. Vorne variabel bleiben. Immer wieder raschieren. Und dann schießet er einmal. Ach und Jürgen, wenn dich wieder einer stalbt, dann stalbst du den auch einmal zurück. So und jetzt gehen wir da raus. Gebt mit Alice. Und zeiget denen, dass ihr gekommen seid zum Gewinner. Und sonst war gar nichts. Mama, ich hab Angst. Wir haben noch nie allein ihren Planeten in Griffe. Die Hauptsache ist, dass ihr Spaß habt, Krümer. Die Hauptsache ist, dass ihr Spaß habt.